Sturm Café tragen 2022 Turnschuhe statt Stiefel und sie sitzen durchaus. Wir bleiben jetzt zusammen und mein Atem ist tief. Du hältst oft keinen Kummer, klar, denn mach das Brief. Wir werfen uns da Kleider ab und machen uns bereit, die Wahrheit auszunehmen, gerade Ewigkeit. Blaue Farben an der Hand, hin und her, ich bin gespannt, ich warte. Was kommt als nächstes? So gespannt! Lötz aus Schild in Flammen, bewegt euch schnell hinaus. Draußen ist's Rauf verbot, das ist uns ganz egal. Bomben fallen von oben, fast alles wird zerschert. Die herrschende Klasse hat uns nicht gehört. Bomben fallen von oben, fast alles wird zerschert. Es kaisers neue Kleider mit allem, was dazugehört. Du wächst jedes Jahr, schöner großer Bruder, Hand in Hand, wie eine Hypnose, wie ein altes Ehepaar. Gehen wir zusammen, Hand in Hand, in einer Symbiose. Staatsapparat, bist du bei mir? Staatsapparat, ich habe keine Zweifel. Staatsapparat, bist du bei mir? Staatsapparat, alles Geld an die Steuer. Staatsapparat, bist du bei mir? Die Gesichter ist zurück und das ist gut. Was ist deine Meinung? Ist das okay? Ich laufe und laufe so nah am Ziel. Hast du einen Vorschlag? Was willst du mit mir? Allt die Ideale, keine Fantasie. Wunderschöne Kloten, das ist meine Energie. Allt die Ideale, keine Fantasie. Alles, wovon ich träume, gibt mir Energie. Ich hab mich mit dir in den Insikt, dass du ist mein Spegelbild. Ich habe Handskas mit dir, und ich habe Kraft gesagt, nein. Ich habe Korstums Reflexion, konnte artas sich sohär. Ich habe viele, die Idee, die Musik von Stigern und die Wunschung. Ich habe mich mit Stasien und die, die ich bin. Ich habe mich mit Stasien und die, die ich bin. Die Kirche, das ist ein Cosmisch, das schweller, aber ich bin. Ich habe Geld in die Welt. Blogs, die Schreven, alle Blut, habe ich gekleiert. Alles, was ich bin für Sieg? und sparkere die Süd. Eine Jahrtausende alte Tradition unserer Memoranien haben das Kriegen angeheißt. Können wir seltene Erden endlich etwas Gutes einsetzen? Wo ein rückhaften Handy alle ist so schnell vergangen eine parallele Welt wir sind hier gefangen Die Probleme mit uns in unseren Zwanzigern wir sind die Königsche der Welt wie pathologische Altruisten ein Klaps auf den Rücken du bist gut 40 Jahre auf dem schwedischen Thron als König wurde ich nie gegründet die Leute mit Macht die dieses Land regieren ihnen ist alles klar obwohl sie nichts verstehen sie gehen die 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 Bis zum nächsten Mal.